moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen runde fallout 4 so wir sind das letzte mal mit der überlebenden gruppe wieder zurück in unsere heimatstadt gegangen und jetzt wollen wir uns ein bisschen das baumenü anschauen ich habe jetzt mal ohne die aufnahme diese hütte hier gebaut und muss sagen ja es ist ziemlich frickelig also es ist schon sehr 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 frickelig die einzelnen teile hier zu bauen wie gesagt ist jetzt eine einfache hütte die ich hier gebaut habe eine 4g hier und es war gar nicht so einfach die überhaupt auf das fundament zu bekommen sondern das system scheint das fundament hier nicht zu erkennen deswegen liegt es leider nicht direkt auf dem fundament aber wie meinen ersten bauversuch bin ich ganz stolz gewesen dass es überhaupt funktioniert aber wir sind noch nicht ganz fertig ich wollte noch den rest mit euch platzieren und zwar soll ich gar nicht wollen wir noch möbel ihr seht oben wenn auch einige dinge rot angezeigt essen ist noch rot was habe ich gebaut energie brauchen sie keine schutz und betten und ich würde sagen wir kümmern uns mal um die betten betten finden sich in möbel und dann haben wir die betten da gibt es verschiedene ausbaustufen natürlich können uns leider nur einzeln großes leisten stellen wir mal hier hin jetzt bräuchten wir weiteren stahl was ich etwas irritierend finde man kann hier so suche geben markieren für suche aber nur keine ahnung was das im endeffekt bringen soll so jetzt haben wir uns ein bisschen was ins stahl geholt jetzt können wir uns das nächste bett wir könnten hier noch was verwerten noch mehr stahl noch mehr stahl man kann so wie gesagt in seiner eigenen stadt hier so ein bisschen aufräumen so betten es gibt ein doppelbett das hier verschieben immer es gibt leider einen schlafsaal leute habe ich gerade entschieden so haben wir die vier betten hier jetzt kümmern wir uns noch etwas um etwas schutz schutz habe ich mir noch gar nicht angeschaut was gibt es hier dekorationen wandschmuck ne flagge flagge brauchen wir auf jeden fall flagge muss her zur motivation naja es ist nicht unbedingt das beste motivationsobjekt gemälde so genau hier zack brauchen auf jeden fall bilder so aber wir wollten ja dekoration energie schutz wach posten geschütztürme fallen und wir machen so ein wach posten produziert zwei schutz brauchen wir holz machen wir so ein ausguck dafür brauchen wir aber noch holz so was können wir denn eigentlich hier hinbauen ich weiß nicht wo der am besten gebaut wird kann ich denn wieder drehen es gibt auch keine möglichkeit die irgendwie zu drehen oder mal naja naja ähm lau ich den am dümmsten hin тобой Du musst diesem Objekt einen Arbeiter zuweisen, damit es Ressourcen produziert. Okay, na dann. Ach, die arbeitet schon. Ach, die ist nun hier beschäftigt, okay. Dann brauche ich jemand anderes. Jung Long? Jung Long? Nee. Irgendjemand mit einer Ausrüstung. Mama Möffi kann ich nicht aus dem Ausrüststurm stellen. Wo ist denn der? Ja, da musst doch du hin. Jung Long befehligen. Jung befehligen. Ja, hierhin sollst du. Zuweisen. Die Ressource ist zugewiesen. Oh, es reicht gar nicht, der Schutz. Okay. Geschütztürme. Und dann bauen wir aber nochmal so einen Wachposten. Brauchen wir den hier noch auf die Straße? Und der weist sich jetzt automatisch den Wachposten zu. Oh Gott. Und dann bauen wir da hinten noch einen Wachposten. Halt, wir brauchen noch Holz. Und ich möchte hier hinten noch einen Wachposten haben. Gut. Jetzt haben wir theoretisch alles bis auf Essen. Essen ist aber ein bisschen ein Problem. Essen ist ein bisschen ein Problem, Leute. Weil... Schauen wir mal Ressourcen. Essen. Da brauchen wir als Flaschenkürbis Karotte und so weiter. Da habe ich keine Ahnung... Woher man das bekommt. Da geben wir mal alle Suchaufträge für Essen. So. Jetzt können wir mal die Station hier ausprobieren. Rüstungswerkbank. Hier haben wir eine Waffenkammer. Verwerten. Impropistole. Ich habe hier massig Zeugel. Oh, Lasermuskete. Stecherabzug Impropistole. Wollen wir Gewehr in Impropistole. Wollen wir Gewehr in Impropistole. Ne. Okay. Hier kann man Erweiterung machen für die Waffen. Hier haben wir eine Werkstatt. Dann haben wir hier eine Power-Rüstungsstation. Rüstungswerkbank. Wir können auch mal einige Rüstungen verkaufen. Halt. Bevor wir die Rüstungen verkaufen, müssen wir mal gucken, ob wir die besten Rüstungen anhaben. Das macht alles Minus. Das macht Plus. Was ist denn der Blitz überhaupt? Was hat denn der Blitz zu sagen? Energie würde ich sagen. Okay. Es würde uns mehr Energie geben, aber weniger Schutz. Ne. Ich will volle Schutzausrüstung. Alles schlechter, alles schlechter, alles schlechter. Okay. Ich würde sagen, das kann ich alles verkaufen. Oh, wie kann ich denn was einlagern? Transfer. Werkstatt. Waffensport. Gesamten Schrott lagern. Okay. Das war schon einiges. Wilde Mutterbärwahrnehmungswackelpuppe. Echtes Bar hier. Todeskraut zum Beispiel. Schweißerbrille. Schrotpatron. Sack mit Schläuchen. Red Awakern gebrauchen. Psycho. Keine Ahnung was das ist. Nuka-Cherry. Milk, Fleisch. Molotow-Cocktail. Nehmen wir ihn aus. Nuka-Cherry. Milk, Fleisch. Molotow-Cocktail. Ja, was ist das für ein Mist, ey. Gasmaske mit Brille. Kurzzeug. H-Klammern, Hubblume. Cram. Warte mal. Da vorne gab es irgendwo eine Kochstation. Ich weiß, dass es jetzt vielleicht ein bisschen langweilig ist, das zuzuschauen. Aber ich wollte es euch einfach auch zeigen. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das interessant für euch ist. Oder ob das eher ein bisschen langweilig für euch ist. Ich glaube, hier vorne gab es eine Kochstation. Ja. Ey. Wo kommt die denn her? Oh, gebackene Bläveli. Unfed. Okay. Zurück. Getränke. Suppe. Gewisse, okay. Aber ich jedes Mal Escape drücke. Aber die Kochstation, die würde ich gerne mitnehmen. Ausrühren. Weil meine Stationen möchte ich schon allein einen Fleck haben. So. So. Da möchte ich die hier haben. Oh, guck. Jetzt ist alles grün sogar. Sehr schön. Sehr schön. So. Es geht verlassen. Ähm. Wir schauen uns nochmal an, was wir für Stationen bauen können. Aber es gibt auch Läden, die man kaufen kann. Läden. Läden. Läden, Verkäufer, Läden, Rüstung, Waffen, Gastronomie, Klinik, Kleidung. Ich bin da ganz so ein Verkäufer. Läden, Verkäufer, Verkäufer. Ach, kostet mir Kronkorken. Habe ich leider noch zu wenig. Okay. Rüstung. Das kostet Geld. Kronkorken kostet das. Das kann ich mir nicht leisten. Herstellung. Kochherd. Kochstation. Kochstation. Laborstation. Laborstation. Rüstung. Werkbank. Waffenwerkbank. Waffenwerkbank. Laborstation. Labor. Boah. Können wir mal gucken. Ja. Kann ich nicht irgendwo platzieren? Ich möchte die jetzt bauen. Ach, benötigt Rang zwei. Achso, okay. Ah ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich habe es gesehen. So. Dann sind wir, denke ich, auch mal hier durch. Energie. Energiegeneratoren. Stecker und Schalter. Energie, Licht. Energie sonst. oder C3 Energie. 5 Energie. 5 Energie. Okay. Und mit der Energie können wir dann was machen? Licht. Und wir können. Rekrutierungsfunkstrahl. Terminal. Neuigkasten. Wir könnten nach neuen Dingen funken, ne? Kristall brauche ich dafür. Okay. 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 Verlassen. Was machst du hier? Kann ich dir irgendwas zuweisen? Befehligen. Los. Los. Kann ich hier irgendwie fortschicken auf Erkundungsmissionen? Befehligen möchte ich dich. Ne. So weisen möchte ich hier nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich die auf Erkundungsmissionen schicke. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst. Wie man die Leute auf Erkundungsmissionen schickt. Weil ich habe ja jetzt Markierungen für Suche gesetzt, was die suchen sollen. Aber ich weiß halt nicht, wie die jetzt danach suchen. Gut. Dann würde ich sagen, die Folge war zwar jetzt etwas langweilig, glaube ich. Aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, ich wollte einfach mal den Basisbau zeigen, die ersten Ressourcen machen mit euch. Und denken wir es auch interessant. Und danach geht es wieder weiter in der nächsten Folge mit der nächsten Mission. Und dann sage ich mal Ciao Ciao. Bis demnächst. Euer BlueCrom. und dann geht es weiter. 先h brechen. Dann geht es weiter.